Ah, eine Straßensperre. Sieh mal einen an. Ups. Naja, auch gut. Ich, ich bin Blutgefahren. Ihr seid reingekracht. Nee, nee, nee. Die geben völlig falsche Informationen weiter. Aber schaut mal, jetzt bin ich schon bei 16.500. Das wäre beim gleichen Zeitpunkt, wenn ich weitergemacht hätte, nicht gewesen. Wir bilden eine 1065. Lasst ihn nicht entwischen. Cool. Ah, das sind nur noch die kleinen Rhinos. Die tun nur sich selbst mehr wäre als die. Ding, ding. Okay, Roger, vier ein. Einheiten haben Sie immer, und uns unterwegs. Die Straßensperre hat nichts gebracht. Verwichtiger ist weiter auf der Flucht. Ja, das habe ich sonnen. Nicht mehr, nicht. Und schalte ihn aus. 1039. Ja, komm schon, komm. Ah, schade zu früh. Sind wir auf Co. 3? Ich hätte gehofft, dass du ein bisschen rausfährst, dann hätte ich die voll von der Seite ran können. So ähnlich wie dich bist du, bist du auch zu. Schlage vor, dass wir uns zurückfallen lassen, damit er abkühlt. Ich bin kein Wasserkocher. Rino von 5? Ah, okay. Er ist direkt an mir vorbeigedrettert. Mh, kann schon mal vorkommen. Hab ihn verloren. Fahrer dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Naja, da kann schon wieder einer. Was ist das? Einheit. Ein Trauer, mit sechs Ziele, die sind in der Sorge. Däm, 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 däm. Fahrer 28, befinde mich südlich, Euro 20, und komm ganz schnell näher. Ist ja ganz toll. Ich hab die Rüste, egal, Herr. Charlie 15, wir haben eine Straßensperre. Der Fahrer hat die Sperre einfach durchbrochen. Na, daprochen finde ich zwar... Es geht anders, aber... Ich probier's nochmal. Ops, Salary. Funktioniert nicht so ganz. Was? Ey, das ist doch jedes Mal wieder ein neuer Witz, oder? Code 4, wir haben ihn. Schlepper ist auf den Weg. Ja, so viel Information. Du kleines Böckwürstchen. So was weiß ich mir nicht von einem dahergelaufenen, äh, 3.000-Dollar-Auto erzählen. So. Das gleiche nochmal. Zentrale, bravo 3, 1. Zentrale, möglicher 10, 32. Äh, eine Sekunde. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Äh, wir haben ihn. Ah, dann geht's nicht, okay. Sachbeschädigung. Ja, ich... Das tut mir leid. Und da ist ja schon die Nummer 2. Ich hatte keine Beabsichtigung, hier langzufahren. Sitze mich jetzt vorhin. Stand by. 10, 33. Routine-Unterstützung zwecklos. Brauche sofort Code 3-Verstärkung. Hm. Okay, Roger. 3, 1. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Wer geht da hoffen? Autsch. Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Ach, das. Wir haben ihn. Näher nun von hinten. Ja, von hinten. Gertroffen. Verdächtiger flüchtig. Liebes, manchmal, wenn Sie da so von der Seite rauskommen, weil da kann man Ihnen manchmal richtig schon reinführen. Fahren. Fähren. Fähren. Ups. Kümmert euch nicht um euren Wagen. Bleibt auf der Straße. Ah, okay. Äh, bildet eine 10, 59 und haltet euch für Zugriff bereit. Cool, der Einsatzleiter hat gesprochen. Setz, was sie setz. Setz. Code 6, wahrscheinlich entkommen. Stand by. Gäste, sich abliegt. 10, 59. 10, 59. Ich, äh, dringe ihn von der Straße. Na, da vorne ist er wieder ein Neuer. Sehr schön. Noch kommen ja ein paar. Da unten hinfährt, keine Ahnung. Hat wahrscheinlich einen anderen Einsatz hier in der Nähe. 10, 33. Brauche nur Verstärkung. Schickt mir alles, was ihr habt. Ah, du bist zu schnell gekommen. Und der Code 6 hat fast jemanden umgefahren. Wir müssen diesen Kerl schnellstmöglich zurückkommen. Ha, ich hab ihn sogar ausgeschaltet. Ja, jetzt wird's schon langsam hier ein bisschen eng mit euch. 10, 21, bin zur Stelle. Hab ihn verloren. Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Hab den Richtigen verloren. Schickt Einheiten, die das Gebiet durchkennen. Was soll denn mit sein? Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung am Park vorbei. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Irgendwo. Der Einsatz ist abgesperrt. Bitte auf TAT2 umschalten. Die Position nennen uns auf GPS zugewiesen. Leiste. Wenn man... Wow, cool. Er ist auf dem Campus. Ja, er rafft mitten über den Campus. Schlimm. Wenn du nicht gleich hier das Bushäuser mitnehmen würdest, wäre ich dir auch zu Dank verpflichtet. Ich möchte vielleicht später mal mit dem öffentlichen Fahren, wenn mir der Führerschein entzogen wird. Papier. Oh, und schon wieder ihr beiden. Achtung! Erbittes, die Situationsmeldung. bug. Nein, 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 nein. Code 6 ist außer Sichtweite. Versuch aufzuholen. Wenn ihr nicht mehr im Arsch der Welt herumfahren würdet, würde ich... Er ist � lifelong. Er kann nicht weit sein. Habt ihr mich verstanden? Gibt's sowas, wenn man fährt sogar den Bullen hinterher. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Norden. Am Park vorbei. Ich hab ihn hier, schickt alle her. Er ist wieder auf dem Campus. Er ist im Campus. Oh mein Gott. Hört sich an wie so irgendein Hollywood-Blockbuster. Neeeein. Doink. Okay, wir sind hinterheben. Wir stetigen Sichtkontakt, wir sind weg. So, ein bisschen. Ah, die Straßensperre. Ich wollte gerade gemütliche Form. Nein. Der Fahrer hat die Sperre einfach gespürt. Haben alle vor Vorgereinheiten. Wir haben die Straße gesperrt. Treib ihn ruhig in unsere Richtung. Wer fährt weiter? Ja, wenigstens was einen zerstreitert. Verdächtiger hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt. Die Leute heutzutage gern. Dankeschön fürs Anschieben. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Nichts. Das auch nicht funktioniert. Nein, nein, nein. Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßenschläge gebarmt. Ich kann sehr nirgends sehen. Verdammt, auch nicht. Gibt's ja nicht. Ah, aber der Ander macht wieder einen Haufen Unfall. Oh, nicht so gut. Ist nicht Kontakt verloren. Ich versuche ihn einzuholen. Stand bei. Sehr gut, fahren wir da hin. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. In Fahrtrichtung Norden. Am Park vor Baden. Verfolge einen Fahrerpflichtigen. Der Kerl hat meinen Wagen geahmt und versucht zu entkommen. Kommen. Er ist ohne Probleme da durchgekommen. Er ist durch. Ja, er ist durch. So jagt man heute Verbrecher. Aber ihr beide steht jetzt ein bisschen blöd da, dass... Nein, weiß ich nicht, wie ich das so interpretieren soll. Es passt zur Seite und haltet Abstand. Ich schalte den guten Maus. Wir haben jetzt noch nicht sicher, ob du jetzt schon down bist oder nicht. Zentrale? Der Kerl hat mir beinahe meinen Wagen verlegt. Einer? Ich dachte, du wirst schon hin. Der Typ weiß, was er tut. Ich komme nicht an ihn vor euch. Das ist doch einer von den Algen reingefangen. Schein so. Ja, ja. Ich schiebe ihn zu dir und du zu mir. Ping pong. Aber jetzt bin ich dran. Fats. Ja, das könnte auch ganz gut sein. Ah, zu wenig Schwimmen. Oh, jetzt darf er ein Wörtchen mitreden. Äh, das verstehe ich auch. Ich würde auch nicht Ewigkeiten hin und her geschützt werden wollen. Dankeschön. Nachti ist fertig. Der Typ hat unseren Wagen gerammt. Versuchen die Verfolgung fortzusetzen. Er rauft in das Krankenhaus. Das verdächtiges Fahrzeug ist abgehoben. Es wird keine einfache Verfolger. Es wird eine Verfolgung für Stolzverstärkung geholt. Dann dürfte es nicht passen. Dann haben wir hier schon wieder ein paar Leute. Die wird plötzlich auftauchen. Das ist ja niemals ein Platz. Egal ob hinter mir. Vor allem hier. Oh! Ja, das... Ja, ich muss jetzt was zu sein, weil sonst bei den anderen worden Autor und hinter mir einen Haufen und vor mir einen Haufen und... Rinos und auch was für sich ja ja 15 für Charlie 20 mein Boardcomputer so abgestützt Wir haben ihn! Schwanz! Schauen wir das mal mit vorne. Wow, das war... eine harte Kollision. Lasst euch zurückfallen, ihr wartet auf Anweisungen! Okay. Ich werde ihn zum Anhalten zwingen. Starte meinen Anlauf. Zehn an und fertig! Wow! Sowas kann schon mal blöd ausgehen. Und wir nähern uns Code 4. Ist ja süß. Wir sind durch die Straßensperre gefahren! Wir sind durch die Straßensperre gefahren! Wir sind durch die Straßensperre gefahren! Ich versuche mitzuhalten! Wir sind durch die Straßensperre gefahren! Wir müssen das Gebiet durch! so er hat mich schon wieder verdammt Eure Hubschrauber er wird auch ich hasse ich Hubschrauber auch die hat er keine Ahnung dass wir so sportbegeistert seid, der auch kippt ich weiß es nicht, wegen dem Hubschrauber ok, probieren wir es einfach mal und ich fahr mal hinter zum Einheiten auf dem Weg zur Q3 Verfolgung der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in östlicher Richtung auf dem Campusweg Puh, Gott sei Dank so, 124.000 Kopfgeld, das ist ja mal nicht schlecht ich werde von zwei Einheiten unterstützt brauchen selte drei Minuten oh, der Rock wieder, ach ja ich will auch starten du bist dran, Jewels ist bereit, wenn du es bist sie mag echt süß sein, aber denk dran schlägst du sie, bist du die Nummer 8 der Blacklist und das ist, wenn ich sie frage, ob sie nicht meine Frau werden will und wir gemeinsam auf Platz 1 heiraten wollen naja, ich glaube, deine Idee ist besser, hast recht ich fahre nur noch kurz zu ihr und reicht die Scheidung hin so, ich bin Q4 und was seid ihr? doink naja war ein Versuch wert Wagen-Auswahl ein bisschen schnelleres Auto yo 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 Strafregister mal checken ah ähm bis jetzt erst ein Helikopter eingesetzt ok ok, ok interessant wo haben wir denn das zusammenfassend, ist das das? ja genau, Verstöße 86 gehandelt erwischt noch keinmal entkommen 21 Mal, er beschädigt 156 zerstörten 89 80 Busgeld gezahlt null überall null plus ZL, ja Gott, das ist so positiv tja tja Polizei konversierte Wagen null ähm steht da irgendwo nicht beobachtet die Wagen ah, Sonne, da steht da, glaube ich ja genau, beobachtet die Wagen 6 tja tja nicht jeder ist so gut wie ich aber ich würde mal sagen, bevor wir oh ne, ich würde sagen, bevor wir diese zwei hübschen Rennen hier fahren gegen diese äh ja ähm Nummer 8 der Blacklist verabschiede ich mich für die heutige Aufnahmesession jetzt habe ich viel zu rendern Minecraft 3 Folgen und je nachdem wie viele Most Wanted Folgen jetzt sind ähm nochmal zum Überblick wieder wir haben Karrierenfortschritt 33% Kopfgeld eine Million 323.850 wir sind jetzt bereits Stufe 4 würdig ja und ja, ich würde mal sagen, nur noch nur noch ja, geht eigentlich eger nur noch 8 Millionen und ja, nicht mal 700.000 Kopfgeld also das haben wir im Morgen ungefähr, wenn ich jetzt anfange und Geld 231.850 davon kann man sich ja schon mal den ein oder anderen Porsche dann später mal leisten ich hoffe es hat euch wie immer gefallen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder euer Hodenkrebscreme tschaußen mathe guas 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 Bis zum nächsten Mal.